Ups! Dankeschön! Und eine Silber Pickaxe. Oh. Oh. You're such a fucking no. I love it. Uh. Au. Pöse. Ihr seid pöse pöse. Ach ja, ich hab den Dumpeljump. Ich vergesse das immer nicht mehr. Ist ja jetzt viel angenehmer alles. Ich frage mich, ob es hier wirklich noch Tempel gibt. Aber die Rüstung, die merkt man, die bringt schon echt was. Weil... Ein bisschen mehr Leben. Gosche, Gosche, Gosche. Uh. Ein bisschen mehr Leben, mehr aushalten. Und du gehst drauf. Alles klar, Kollege. Das ist so unglaublich. Was? Also muss es sein, würde ich mal sagen, ne? Das wäre jetzt aber auch echt geil gewesen, wenn das funktioniert hätte. Und dann kommt's mal wieder. Das ist so. Und dann kommt's mal wieder. Ne? Das ist so. Alles mit. Dann werden wir die ganze Hütte mitnehmen. Oh Gott, wie soll ich denn da auf den Berg hohen? Holy shit. Seid auf im Kommando. Sehr nett von ihnen. Der Staubsauger. Nimbus 2000. Das ist einfach so geil. Das ist einfach so geil. Es macht so viel Spaß. Das ist einfach so geil. Also ich nehme schon die ganze Bude auseinander und der ist immer noch so freundlich. Laufende Pilze? Aber habt ihr zu viel Queck geraucht? Das ist einfach so geil. 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 Und das ist einfach so geil. Das ist einfach so geil. Das sind einfach so geil. Das ist einfach so geil. Ach du Scheiße, ich hab tausend, ich hab über tausend Dirt. Ups. I think this is a little bit too much. Hallo. Na schön. Was geht ab, Freunde? Dann kann ich so gut nachmachen hier. Aber zwölf Stück schon. Da brauch ich ja noch vier. Hab ich den nächsten Upgrade. Ah! Warte mal, bist du böse? Bist du, bist, oh du bist lieb? Aha. Interestant. Aber ihr seid da ganz oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist aber auch geil. So ein Luftschiff. Einfach mal. Moin. Oh, cool. Ja, das nenn ich, glaub ich mal, effizient. Moin. Oh, gut. Ich plündere hier deren Schatzgedönse und, ja, meinst du, den juckt es dann mal? Nö. Oh, gut. Oh, Mo. So. Ich gepenn. Oh, nein. Oh, je, Mini. Okay. Das sollte aufpassen. Stimmt, hier kann es jetzt auch sein, dass ich jetzt hier auch fällig werde damit. Alter, es ist aber schon ein geiles Schiff, muss ich sagen. Und ne Platin-Spitzacke nochmal gefunden. Geilo, 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 Geilo. Es gibt bestimmt auch diese Kapitänskajüte. Kapitänskajüte? Heißt das so? Da ist sogar... Die haben sogar ne Quest? Na, alles klar. Kapitänskajüte? So. Ok. Okay. Sollte ich lieber sein lassen. Aha. Eine 11.3. Stärker als meine. Okay. Ich loote erstmal alles hier in Ruhe. 5.000. Und dann kann ich versuchen, hier auch meinen Aufstand zu machen. Und noch eine geile Sau. Alles klar. Ich bin der König der Wels. Au. Ich habe nichts gemacht. Ach, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Whilst das nicht juckt. Also irgendwann müssten sie doch eigentlich mal langsam aggro werden. Ich wollte eigentlich nahe des Bodens nicht aufkommen, aber gut ich tue da jetzt einfach mal kurz die ganzen Waffen rollen. So. Da habe ich jetzt aber echt nichts gefunden von wegen Flora. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Da steht ja Forest Moderat. Da steht Forest Moderat. Und da wo ich bin. Oh Forest Moderat. Aber wieso finde ich denn da... Ach egal. Soll ich jetzt nochmal... Oder soll ich versuche ich jetzt nochmal einen zu finden? Weil der könnte vielleicht auch Forest sein. Ich versuche einfach mal mit mir da nochmal. Das ist Forest. Genau. Auch genau. Ja selber. So, dann hoffen wir mal natürlich, dass wir direkt hier wieder so einen Flura verstecken. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier so einen Flura finden, dann wäre ich super. Heilige Kacke, ist das Ding geil. Ach, ich wollte mich jetzt holen, oder?